Hey, du möchtest wissen, was der Grundig BT Speaker Connect 360 kann? Ich zeig's dir. Es handelt sich hier um einen 360-Grad-Bluetooth-Lautsprecher mit insgesamt 30 Watt Ausgangsleistung. 360 Grad bedeutet, egal wie du ihn hinstellst, der Sound wird sich immer gut anhören, da er in alle Richtungen abgegeben wird. Dabei kann die Musik bequem per Handy, Tablet oder PC mit Bluetooth übertragen werden. Alternativ kannst du auch ein 3,5 mm Klinkenkabel nutzen, dieses ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten. Die Bedienung befindet sich auf der Oberseite, ebenso wie eine LED-Akkustatusanzeige, das Mikrofon für die Freisprecheinrichtung und ein Tragegriff aus Metall. Außerdem kannst du ihn auch über die Grundig Audio Hub App steuern. Dort erlangst du dann auch Zugriff auf den Equalizer, mit dem du den Sound so anpassen kannst, wie du ihn haben möchtest. Staub und Spritzwasser können dem Connect 360 übrigens nichts anhaben, da er mit IPX5 davor geschützt ist. Grundig verbaut hier ein 4500 mAh Akku, der bis zu 20 Stunden durchhält. Laden kannst du diesen bequem über die mitgelieferte Ladestation oder per USB-C-Kabel. Er kann außerdem als Powerbank für deine Mobilgeräte fungieren. Ein Kabel dafür musst du allerdings extra kaufen. Falls dir der Klang von einem Connect 360 nicht reichen sollte, kannst du ihn mit einem oder auch gleich mit bis zu 20 weiteren Connect 360 Lautsprechern verbinden. Der Klang ist aber auch schon mit einem Lautsprecher wirklich fantastisch. Höhen und Mitten kommen sehr gut rüber. Der Bass ist ein wenig schwach, aber dank Equalizer kann man diesen ja noch gut verstärken. Bei weiteren Fragen wende dich gerne an uns, entweder direkt hier bei YouTube oder vor Ort im Markt.